Hi, ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt und das hier ist meine Generation. Generation Z. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. Und was machen wir damit? Faceswap. Das ausrechnet du jemals irgendetwas reißen wirst. Alle erfolgreichen Menschen waren mal unbeliebte Nerds. Nerd Today, Boss Tomorrow. Und was ist der Plan? Wie verkauft man Drogen im Internet? Boom. Okay, das ist der kriminellste Gedanke, den du jemals hattest. Ich hab gehört, dass sie Ecstasy verkauft. Ecstasy verkauft. Egal wohin, wenn das klappt, dann können wir machen, was wir wollen. Regel Nummer eins vom Shop. Wir verlieren kein Wort über den Shop. Das ist Fight Club. Ja, hab ich nur gesehen. Wie viel willst du denn haben? Alles. 21 Bestellungen in drei Tagen. Wolltest du vielleicht heute Abend ein bisschen feiern? Das ist er. Mein Moment. Willst du Moritz schlagen? Ja, mal sehen. Okay, dann komm rein. Ich hab zum Dealer noch gleich das restliche Geld gebracht. Ja, wo ist die Kohle? Ich geb Ihnen das restliche Geld bald. Leider falsche Antwort. Ich geb's Ihnen jetzt sofort. Ah, sorry. Die Antwort war eigentlich richtig. Doch, doch, das ist genauso passiert. Ja, wir wissen. Ausnahme Im Ausnahme Untertitelung. BR 2018